In den letzten Wochen habe ich auf abenteuer-brettspiele.de einige Umfragen durchgeführt. Da ging es natürlich um die Spiele in Essen und auf welche Spiele meine Leserinnen und Lesern sich im Speziellen freuen und welche Spiele sie sich wahrscheinlich holen werden. Aber zum Beispiel auch, ob man Brettspiele blind kauft oder sich die Neuheiten dann erst genau anschaut, anspielt auf der Messe. Diese Umfragen laufen zum Teil noch und die möchte ich hier jetzt mal kurz mir anschauen. Zum einen haben wir da die Umfrage, gehst du in diesem Jahr zur Spiele in Essen? Und da habe ich gefragt, ja, definitiv, nein oder bin mir nicht sicher? Und da haben über 900 Leserinnen und Leser in meinem Blog teilgenommen und 58 Prozent, das sind 523 Teilnehmer, haben geschrieben und haben geantwortet, ja, definitiv. Also wirklich der Großteil, fast 60 Prozent geht zur Spiele in Essen und ich denke, das wird dafür zuführen. Insgesamt natürlich gesehen, nicht nur durch meine Leser, aber insgesamt gesehen, dass wirklich wieder viel los sein wird auf dem Spiel. Ich denke, sehr viele freuen sich nach zwei Jahren, wo sie entweder gar nicht 2020 oder im letzten Jahr vielleicht auch nicht waren. Da war die Messe deutlich kleiner, deutlich eingeschränkter und es war noch viel unsicherer für viele, weshalb im letzten Jahr auch viele zu Hause geblieben sind. Ich denke, in diesem Jahr haben viele einfach wieder richtig Lust, auf die Spiele in Essen zu gehen. Das geht mir ja genauso und deswegen, ja, 58 Prozent sind definitiv dabei. 13 Prozent haben gesagt, naja, bin mir noch nicht sicher. Werden wir mal sehen. Also das sind 119 Teilnehmer an dieser Umfrage. Da wird sicherlich auch noch ein Teil spontan sich entscheiden, zum Spiel zu fahren. Es ist zwar jetzt so, dass auf der Spielmaske getragen werden muss. Das wird sicherlich nicht jedem gefallen. Ist ja auch nicht unbedingt so angenehm, aber ich kann aus dem letzten Jahr berichten, das war eigentlich wirklich gut. Also die Abstände insgesamt waren größer. Ich hoffe natürlich, dass auch in diesem Jahr die Gänge entsprechend breiter sind als jetzt vor Corona, dass sie das beibehalten. Ich muss aber auch sagen, es wurde gut gelüftet. Das heißt, man sollte sich vielleicht doch ein Jäckchen mitnehmen. Das hat aber dazu geführt, dass eben auch die Luft gut war. Also im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit war es ja doch damals immer sehr stickig, sehr warm, schlechte Luft. Das ist natürlich dann mit Maske noch schlimmer, aber letztes Jahr war eben auch gut gelüftet worden. Es war wirklich angenehme Luft und von daher war das Tragen der Maske erstaunlich wenig problematisch. Also ich war ja auch zwei Tage auf der Messe, habe die ganze Zeit Maske getragen und es war eigentlich wirklich kein Problem. Aber das muss ja natürlich jeder für sich entscheiden. Und 29 Prozent haben bei der Umfrage gesagt, nein, sie fahren nicht auf die Spiele in Essen. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Es ist für manche wirklich weit weg. Auch ich bin da fünf, sechs Stunden unterwegs mit dem Auto. Das ist wirklich nicht ohne. Und für der eine oder andere wird sich vielleicht auch jetzt noch sagen, so viele Menschen auf einem Platz, auf einem Haufen, das muss nicht sein. Ist ja auch völlig okay. Es gibt ja auch online eine Menge Sachen, wie man sich über die Spiele informieren kann, Livestreams anschauen und so weiter. Aber wie gesagt, 58 Prozent sind auf jeden Fall dabei. Und das freut mich natürlich sehr. Dann habe ich gefragt, auf welches Familienspiel freust du dich am meisten? Und da hatte ich ja zehn Stück in meiner Top-Vorschauliste vorgestellt. Und die habe ich auch zur Abstimmung gegeben. Insgesamt 209 Leserinnen und Leser haben bis jetzt daran teilgenommen. Und auf Platz eins mit 24 Prozent ist Terra Nova gelandet. Das ist ja das neue Terra Mystica-Ableger sozusagen, der bei Cosmos jetzt zum Spiel erscheint. Ein zugänglicheres, gestreamlinteres Terra Mystica. Und Terra Nova soll halt wirklich die Grundbasics aufgreifen und trotzdem weit zugänglicher sein. Und das ist natürlich sehr spannend, denn das würde bedeuten, dass ich das wahrscheinlich auch hier zum Beispiel in der Familie deutlich häufiger auf den Tisch bekommen könnte. Also 24 Prozent für Terra Nova. 19 Prozent haben für The Guild of Merchant Explorers abgestimmt. Was wirklich ein sehr großer Erfolg ist, ist ja bis jetzt nur bei EAG auf Englisch erschienen. Soll dann auf Deutsch bei Skellig Games rauskommen. Und das ist auch ein toller Titel. Da gibt es schon ein Review bei mir im Blog. Und auf Platz drei ist Flamecraft gelandet mit 18 Prozent. Ja, das ist ja ein Kickstarter ehemaliger, der jetzt bei Asmodee auf Deutsch kommt. Sowohl als normale als auch als Deluxe-Edition. Und da geht es halt um so ganz niedliche Drachen, die in einer Stadt aktiv sind, dort den Geschäften helfen, Aufträge zu erledigen. Also wirklich ein sehr niedriges Spiel, ein Familienspiel, was aber wirklich toll aussieht. Ja, das waren die Top drei Familienbrettspiele, auf die sich meine Leserinnen und Leser am meisten freuen. Dann habe ich auch gefragt, auf welches Kenner- und Expertenspiel sich meine Leserinnen und Leser am meisten freuen. Da hatte ich ja auch zehn in einer Top-10-Vorschaltliste vorgestellt. Und hier haben 242 Besucher meiner Website bis heute teilgenommen. Auch diese Umfrage läuft noch. Da könnt ihr gerne auf abenteuer-brettspiele.de gehen und weiter mit abstimmen. Und hier liegt mit 15 Prozent liegen zwei Spiele vorn. Wobei das eine 37 Stimmen bekommen hat, das andere 36. Und mit 37 Stimmen ganz weit vorn oder knapp vorn liegt Great Western Trail Argentina oder Argentinien, wie es auf Deutsch heißen wird, der zweite Teil der Great Western Trail Reihe. Nachdem ja Great Western Trail ja schon neu in der Second Edition erschienen ist, ist jetzt auch dieser zweite Teil in diesem neuen Layout. Und es gibt halt einige Änderungen, neue Workerart, also neuen Arbeiter zum Einsetzen. Es gibt natürlich neue Orte, die wir errichten können. Es gibt eine neue Möglichkeit, diese Rinder zu liefern am Ende. Wobei natürlich das Grundprinzip auf dem Weg, die eigene Rinderherde aufzubauen und zu verbessern und eben auch Gebäude zu bauen. Gleich geblieben ist. Es gibt es doch eine Menge Unterschiede, sodass ich mich da auch sehr darauf freue, auf Great Western Trail Argentinien. Auf Platz zwei mit ebenfalls 15 Prozent und 36 Stimmen ist Planet B oder Planet B gelandet. Dieser Hans im Glück Titel, ja, reizt mich auch sehr, muss ich sagen. Denn spielerisch und mechanisch sieht das wirklich toll aus. Es geht halt so in eine, ja, auf einen neuen Planeten. Wir haben unseren zur Kunde gerichtet, was ein bisschen, ja, traurig ist, aber auch irgendwie realistisch. Machen aber auf dem neuen Planeten eben dieselben Fehler. Es geht uns nur um Geld und Macht und sind da halt korrupte Gouverneure, die, ja, versuchen, ihren persönlichen Einfluss zu steigern, Geld zu verdienen und am Ende auch zum Präsidenten gewählt zu werden. Und was man da so liest, was da so möglich ist an Aktionen und an Mechaniken, klingt wirklich sehr, sehr spannend und könnte wieder so ein richtiger großer spannender Titel von Hans im Glück werden. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Und auf Platz drei ist East India Companies gelandet von Huch. Das erscheint jetzt auch zur Spiel oder kurz danach. Ich weiß gar nicht, ob sie Exemplare wirklich zum Verkaufen da haben werden. Auf jeden Fall kann man es anspielen bei Huch auf der Messe. Und East India Companies, ja, ist thematisch so ein bisschen problematisch. Es geht halt in eine geschichtliche Epoche, in der die Europäer, ja, nach Indien fahren oder generell nach Südostasien und dort bestimmte Ressourcen, bestimmte Gewürze und Tee und andere Sachen einkaufen, Rohstoffe und diese dann eben wieder nach Europa bringen, verkaufen. Also schon thematisch so ein bisschen problematisch. Ich finde, das ist aber Geschichte und ich finde das sehr trotzdem interessant und ich könnte mir schon das Regelheft durchlesen und viel vom Spielmaterial sehen. Und es sieht wirklich sehr spannend aus. Ist auf jeden Fall auch ein Titel, auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Dann hatte ich ja auch zu kleinen Spielen und Partyspielen eine Vorschau Top 10 für die Spiele veröffentlicht im Blog. Und auch da habe ich zehn Spiele vorgestellt und natürlich habe ich auch da eine Umfrage zu erstellt. Die ist noch nicht ganz so alt, dieser Artikel. Von daher haben bis jetzt nur 75 Leserinnen und Leser teilgenommen. Aber auch da könnt ihr natürlich noch fleißig abstimmen. Und hier sind auf den ersten drei Plätzen Platz 1 Joan of Arc, das Orion Draw and Ride Spiel gelandet mit 19 Prozent. Das ist halt die, ja, Draw and Ride oder das grundsätzlich Roll and Ride Genre mäßige, die Umsetzung von Orléans gelandet. Also so ein kleiner Ableger, der ja sehr spannend sein soll. Und als ich letztens gelesen habe, man kann sich wohl auch nur sozusagen die Blätter kaufen und das ganze Spielmaterial kann man aus dem Orléans Grundspiel nehmen. Also wer wirklich Orléans zu Hause hat und der kommt dann relativ günstig weg, soweit ich mitbekommen habe. Ich werde mir das komplette Spiel holen und freue mich da sehr drauf. Auf Platz 2 mit 17 Prozent ist Death Valley gelandet. Das ist ja ein Spiel, was bei Cosmos erscheint. So ein kleines, ich glaube so ein 18-Karten-Spiel, wo wir eben unterwegs sind. Eine Journey machen durch das Death Valley als Urlaubstrip und versuchen halt möglichst tolle Erinnerungen in unsere eigenen Journalen und eigenes Tagebuch reinzunehmen. Auch sehr spannend und sehr schön vor allem. Und auf Platz 3 ist mit 15 Prozent Spaceship Unity gelandet, welches bei Pegasus-Spiele jetzt pünktlich zum Spiel erscheinen wird. Und das ist ja wirklich ein verrücktes und sehr ungewöhnliches Spiel. Denn einerseits ist es thematisch halt so, dass wir eine Raumschiff-Crew haben und einzelne Missionen erleben, wie es halt klassisch Star Trek zum Beispiel ist, wo ich ja großer Fan von bin. Der Witz ist hier allerdings, es gibt zwar Spielmaterial natürlich und viele Karten, die halt die einzelnen Szenarien, die einzelnen Geschichten erzählen, Entscheidungen etc. Aber das einige Raumschiff und die eigentlichen Instrumente, die wir benutzen etc., das sind alles Haushaltsgeräte. Und es gibt, glaube ich, über 20 Haushaltsgeräte, die hier beschrieben sind, die genutzt werden können und müssen, die dann auch verschiedene Funktionen haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Batterie des eigenen Raumschiffs auffüllen muss, dann muss man halt zum Wasserhahn an der Spüle gehen in der Küche und muss halt Wasser einlassen in das Becken. Dann muss man natürlich schauen, dass man hier nicht so viel Energie und Wasser verspendet, aber an sich ist das ein sehr witziger Mechanismus. Zum Beispiel die Schilde, wenn man die Schutzschilde des Raumschiffs aktivieren will, dann lässt man einfach das Rollo am Fenster runter und so weiter. Und das klingt schon wirklich verrückt und lustig. Also da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Ja, und zu guter Letzt habe ich meine Leserinnen und Leser gefragt, ob sie die Neuheiten auf dem Spiel erst anspielen oder ob sie einfach bestimmte Neuheiten einfach blind kaufen, weil sie da so Lust drauf haben und nicht warten wollen oder nicht riskieren wollen, dass es vielleicht irgendwann nur noch ausverkauft ist. Da haben aktuell auch 69 Leserinnen und Leser teilgenommen. Auch da natürlich gerne noch eure Teilnahme dafür. Und aktuell sagen 57 Prozent mal so, mal so. Also es gibt schon Spiele, die sie blind kaufen, aber viele andere Sachen werden halt erstmal angespielt und überlegt, ob es dann sich lohnt, sie zu kaufen. 30 Prozent haben immerhin gesagt, dass sie spannende Neuheiten blind kaufen. Das ist natürlich eine Sache, die bei mir teilweise auch so ist, weil ich muss sagen, anspielen auf der Spiel ist so eine Sache. Ich versuche schon Dinge anzuspielen, gerade in den hinteren Hallen. Bei den kleineren Verlagen ist das auch einfacher möglich, weil da nicht ganz so viel los ist. Aber gerade so in den Hallen 1 und 2 mit den ganz großen, auch gerade deutschsprachigen Verlagen, da ist immer so viel los und so eine Lautstärke und so ein Getränkele. Zumindest war das in Vor-Corona-Zeiten so, dass ich da eigentlich gar keine Lust habe, groß was anzuspielen. Aber ja, also ich kaufe auch ein paar Sachen blind, aber 30 Prozent kaufen halt wirklich spannende Neuheiten komplett blind. Wobei man ja auch sagen muss, vieles ist dann auch nach dem Donnerstag teilweise schon ausverkauft. Also manchmal lohnt es sich wirklich schnell zuzuschlagen. Und 13 Prozent haben geschrieben, naja, ich probiere Neuheiten immer erst aus, bevor ich sie kaufe. Das ist doch weniger, als ich dachte. Die meisten schlagen dann doch meistens bei den, zumindest bei den am heißesten erwarteten Spielen, sofort zu. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr noch an den Umfragen, die jetzt noch offen sind, teilnehmt. Die Links findet ihr in der Beschreibung.